. Und damit herzlich willkommen, liebe Freunde, zu Smash or Pass. Unser heutiger Gast hat uns entertaint, inspiriert und völlig zu Recht auf Twitter geblockt. Dieses Video ist der Beweis dafür, dass alle Träume in der Phönung gehen können. Erhebt euch aus den Gaming-Sesseln und feiert mit uns den Surrealsmoment unseres Lebens. Und Ladies and Gentlemen, hier ist Thomas Gottschalk! Oh, komm! Schau hoch, schau hoch, schau hoch. Thomas, sit down, finally. Schnaust mich nicht so an. Du hast dich schon mal kennengelernt, vor ein paar Jahren. Da haben wir dich besucht beim SWR, bei deiner Radioshow. Jetzt haben wir ein bisschen weiter genervt und jetzt bist du hier. Und unsere Leute, die uns zugucken, fordern auch immer, lade den Tommi ein, Tommi soll kommen und jetzt hast du's hierhin geschafft. Ich bin gerne gekommen, inzwischen ist mir alles recht, was ... Und ich hab ja umgelernt, ich war ja in einer Situation, wo ich alles das, was nicht im ZDF und nicht im öffentlich-rechtlichen Fernsehen passiert ist, von rundheraus abgelehnt habe. Weil ich gesagt habe, was soll denn das? Ihr müsst euch vorstellen, ich hab ja den Großteil meines Lebens in der Angst vor der Einstelligkeit verbracht. Das heißt also, was machen wir, wenn wir mal weniger als 10 Mio. Zuschauer haben? Und das war so etwas, was ich natürlich mein ganzes Leben lang gepflegt habe. Und irgendwann hat man mir erklärt, ja, pass mal auf, das Fernsehen, das Lineare, das bringt gar nichts mehr. Du musst jetzt gucken, dass du digital unterwegs bist. Und da sind ganz andere Zahlen. Und plötzlich merkst du, dass du bei 20.000 Follower auch noch ein Mensch bist. Damit muss man leben in unserem Geschäft, das gehört dazu. Dass andere Dinge groß werden und dass Dinge, die man für normal gehalten hat, sich erledigen. Und wir sind quasi im Internet das, was du im Fernsehen bist. Kann man ungefähr ... Abzuguter Kult, nämlich. Wir sind Kult. Lichtgestalten. Das heißt, wir sind alles drei Lichtgestaltenes. Ja, das kann man so sagen. So viel Licht in dieser Hütte. Das Video heute erscheint am 3. Mai 2023. Und heute vor sechs Jahren haben wir ein Video getwittert, das ist echt. Und das möchten wir uns gemeinsam mit dir angucken, heute vor sechs Jahren. Hallo, Tommi. Hallo. Sag hallo. Hallo, 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 Herr Gottschalk. Diese beiden Trottel, die wetten, dass sie es schaffen, als erste reine Internetshow Thomas Gottschalk auf ihre Couch zu bekommen. Ja. Top, die Wette gilt. Ja, Tommi, ja. Ja. Das war Walter Freiweil. Noch ein Applaus von Walter Freiweil. Jetzt haben wir es geschafft, Tommi. Walter kannte ich noch. Walter war damals, als ich ihn kennenlernte, war er Sendebetreuer für irgendeine Plattenfirma. Und später war er sogar Musikredakteur bei Radio Luxemburg unter Frank Elstner. Tommi, guck mal hier. Das war, glaub ich, dein allererster Auftritt im TV. Das war mein erster Auftritt im TV, richtig. Guck dir mal das Outfit an und jetzt schau mich mal an. Ja. Ja, ich hab natürlich immer schon ein Zeichen gesetzt. Ja, natürlich. Aber der Kragen muss doch bei dir raus. Ja, und die Mama hat das J nicht drauf gehäkelt. Ja. Das hab ich hinten stehen, das B. Aber das ist auch ganz cool. Deswegen hast du uns dementsprechend auch so ein bisschen geinfluenzt. Du bist ja auch ein Influencer. Jeder kann influencen. Ich war ein Influencer, ohne es gewusst zu haben. Ich hab ja Radio gemacht, da war ich 27. Und hatte eine tägliche Radiosendung. Jeden Tag von acht bis neun Uhr. Aber ich hatte etwas, was ihr habt und was gab es noch gar nicht. Nämlich Konkurrenz. Mhm. Es gab zwischen Dresden und zwischen Rosenheim zu mir keine Alternative. Wer eine bestimmte Musik hören wollte oder ein bisschen was Lockeres erleben wollte im Radio, der kam an mir nicht vorbei. Du hast ja immer gesagt, dass es für deinen Beruf gehört, dich zum Deppen zu machen. Ist das der Grund für deine Zusage heute? Ja, wenn du irgendwann sagst, mir ist alles wurscht, dann kommt man auch zu Dennis und Benni. Eine gewisse Wurschthaftigkeit, das ist auch nachgesagt. Die Sache, bevor wir richtig loslegen, ist, du warst ganz neu auf Twitter damals und hast uns dann geblockt ... Aus Versehen, ich hab gar nicht gewusst, was ich da treibe. Jetzt haben wir's! Ich wusste, ich hab nie in meinem Leben jemanden geblockt. Doch, weil Benni genervt hat, glaub ich. Ich würde dich bitten, dich beim Tobi zu entschuldigen. Tut mir leid für meine Nerverei. Hast du genervt? Ja, ich hab genervt. Ich weiß gar nicht, wie man jemanden blockt, was hab ich gemacht. Ich weiß auch, wie man jemanden nervt. Ja, das Kriegsbein ist begraben. Ja. Du bist ja immer öfter im TV zu sehen, ich hab so oft wie noch nie in deinem Leben. Und du erklimmst den Instagram Olymp und bist Podcaster. Deswegen wollen wir heute wissen, welche Projekte könntest du dir in Zukunft vorstellen und worauf hast du gar keinen Bock? Also, ich glaube, ich bin am Ende der Fahnenstange angekommen. Also, dass ich auf Instagram unterwegs bin, das ist nur so zu erklären, dass ich einen Podcast mit dem Mike geplant habe. Und da haben die gesagt, den musst du auch auf deinen persönlichen Plattformen promoten. Und ich habe keine persönliche Plattform, um Gottes Willen und bei Twitter habe ich ja aufgehört, weil ich einfach den Stress nicht mehr ausgehalten habe, dass man was liefern muss. Ich habe ja immer beim Fernsehen sechsmal im Jahr bin ich angetreten, ich habe gesagt, irgendein Promi wird schon kommen und irgendeiner wird schon eine Schnapsidee haben. Über uns irgendwie, ne? Aber ich habe mich nie, nie darum gesorgt, was morgen ist in meinem Geschäft. Und ich muss leider sagen, dass ich natürlich die beste Zeit hatte, die es überhaupt gab, innerhalb meines Lebens. Ich bin in den 50ern groß geworden, da war das Wirtschaftswunder unterwegs und dann in den 60ern kamen die Beatles und die Pille und, und, und. Und du bist das TV-Wunder, Tommy. Du bist das Wunder, trifft auf TV-Wunder. Ist ja wunderbar. Ich kann mich ja nicht beklagen, also ich habe auch nie einen Grund gehabt zu klagen und wer in unserem Geschäft klagt, der hat nichts begriffen. Smash or Pass ist auch ein Internet-Trend, bedeutet, Smash heißt super, das ist toll und Pass heißt, nee, lieber nicht. Deswegen haben wir vor dir drei Buzzer aufgestellt, wir wissen, dass du Spiele liebst. Ja, genau. Ich bin mit Buzzer immer überfordert. Grün bedeutet Smash, das heißt, was wir dir vorschlagen, das finde ich interessant. Das haben sie draufgeschrieben, für den Idioten schreibt man hier. Das, ja, halt. Und Rot bedeutet Pass, hau ab, kein Bock drauf. Wir schlagen dir jetzt Sachen vor und du sagst dann einfach, Smash or Pass. Okay. Runde eins. Twitch. Gottschalk knackt Livestream-Rekord. Smash or Pass? Da mach ich mal Pass. Ah, okay. Was ist denn, was ist denn das Ganze? Twitch. Twitch ist so eine Livestream-Plattform, das heißt, da setzen sich Menschen vor die Kamera und sind live im Internet. Es wird ein Chat eingeblendet und man unterhält sich mit dem Chat. Man reagiert zusammen auf Videos und ist quasi im ständigen Austausch mit seinen Zusehern und Zuseherinnen. Und das kann man machen. Ja, sowas würde ich zum Beispiel machen, weil ich dieses Spontane schätze ich, dass man mit Menschen, und ich habe ja immer mehr Spaß gehabt mit irgendeinem Mädchen, das auf der Straße getroffen habe oder mit irgendeiner alten Dame, also mit Menschen, von denen ich keine Ahnung habe, als mit Promis. Promis haben ja meistens einen an der Waffel. Ja, hast du gemacht. Und je prominenter sind, desto größer ist die Waffel. Und ich habe das Unterhaltungselement von normalen Menschen immer für sehr wichtig gehalten. Allerdings wusste ich nicht, dass es irgendwann mal Reality-TV gibt. Diese zu tätowierten Nasen, die heute... Guckst du das? Ich meine manchmal, du kommst ja nicht dran vorbei, aber ich gucke es, und das ist auch eine neue Form fernzusehen, nur um zu ätzen. Also man guckt es nicht um sich gut zu unterhalten, sondern sich über die Leute zu unterhalten, die man da sieht. Und diese zu tätowierten Idioten, die ich da teilweise sehe, da sage ich einfach warum. Ich begreif es nicht. Wie lustig findest du das, wenn Leute dich parodieren, weil du bist ja einer, dich kennt ja jeder in Deutschland. Wie lustig findest du das, wenn Leute sagen, ach, ja, mein... Und diese ganzen Geschichten. Oder nervt dich das? Das nervt mich überhaupt nicht. Also ich meine, jemand, das hängt ja damit zusammen, dass man sich nicht ernst nehmen darf. Wenn man sich ernst nimmt und wenn ich sage, hm, der parodiert mich gut, der parodiert mich weniger, wenn die Leute mich kennen und wenn sie mich nachmachen wollen, wenn ihr es wagt, euch hier hinzusetzen hinter diese Kiste, dann müsst ihr davon ausgehen, dass die Leute euch entweder nachmachen, dass sie euch nicht mögen oder dass sie euch mögen. Sonst muss man es halt lassen. Das gehört zu dem Geschäft. Und wenn einer glaubt, er kann euch nachmachen, dann soll er euch nachmachen. Sondern wenn einer glaubt, er ist besser als ihr, dann soll er es machen. Habe ich auch immer gesagt. Ich habe ja die ersten Kritiken ernst genommen. Zu meiner Zeit hast du am Montag in der Zeitung gelesen, wie schlecht du am Samstag warst. Genau, genau. Heute ist ja zwei Minuten später, da kommt der Redakteur. Da gibt es ein Tweet, da gibt es ein Posting und so. Genau. Liest du das? Ich würde mir das gar nicht mehr durchlesen. Nee, ich weiß gar nicht, wie man das macht. Richtig. Ich würde euch überließen. Ich habe noch nie in meinem Leben einen Hater gehabt, weil ich noch nie einen Hater zur Kenntnis genommen habe. Richtig. Dein Job ist es, Gastgeber zu sein. Was für ein Gastgeber bist du denn privat? Bist du jemand, der auch auftischt? Machst du kleine Lachsrollen mit Frischkäse? Wenn wir beide zu dir nach Hause kommen. Nee, nee, nee. Also meine Carina klagt ja oft, dass ich mit einer gewissen Wurschtigkeit so was mache und wenn ich keine Lust mehr habe, sage ich dann immer so. Und das ist das angenehme in Amerika. Die Leute kommen um sechs und gehen um neun. Also, dass wir sich in Deutschland, dass die sich so festsetzen und so festklammern, das kennt man da nicht. Ja, okay. So, Runde Nummer zwei. Smash or pass? Wenn man's nicht mehr. Das ist, wenn man's will. Du willst den Gottschluck herausbringen oder willst du nicht? Nee, will ich nicht. Dann drück du mal rot. Scheiß. Pass! Wieso denn nicht? Weil das ist einer der größten Getränketrends der letzten Jahre, dass Promis Eistee rausbringen. Echt? Es gibt ja so komische Trends, es gibt auch Promis, die sich in Eis reinsetzen und alle möglichen Challenges. Ja, das bin ich. Also, nichts, was mir keinen Spaß macht, würde ich promoten und nichts, was ich selber nicht trinke, würde ich verkaufen. Wenn ich dich besuche, was ist bei dir im Kühlschrank? Eiskalte Milch? Nee, nee, ich hör jetzt auf mit Alkohol, relativ trink wenig Alkohol, aber alkoholfreies Bier trink ich ganz gerne jetzt. Ist auch isotonisch, das kann man nach dem Joggen auch trinken. Kann man nach, das hat sogar bei der Olympiade mehr gemacht. Was ist das bei dir? Sieht aus wie Whisky, aber das ist Eistee wahrscheinlich. Das ist ein Geheimnis, das ist der Mittelstrahl von Olaf Schubert. Hat der einen Mittelstrahl, ja. Was schlemmst du denn gerne? Du hast ja immer Garfield gesprochen, Garfield den Kater. Garfield schlemmt der immer gerne. Lasagne zum Beispiel. Was schlemmst du denn? Ja, also bei Nudeln, das ist bei mir schon sehr gefährlich. Also, ich muss jetzt ein bisschen vorsichtig sein mit der Figur. Du bist ja auch in dem Alter langsam, wo man vorsichtig sein muss. Aber, aber es ist, es ist so, dass das, also, du kannst mich mit Kleinigkeiten glücklich machen. Also, selbst Nudeln mit Käse und Ketchup lass ich nicht. Ja, okay. Oder dieses idiotische, das gibt's glaub ich gar nicht mehr. Dieses, dieses Fertig-Nudel-Gericht, nee, dieses, wie hieß das? Miraculi. Miraculi. Gibt's glaub ich gar nicht mehr. Doch, gibt's noch. Gibt's das noch, ja. Es gibt auch viele andere tolle Marken da draußen. Wir müssen ja immer drauf achten. Ja, klar, ist in der Kamera da ja ... Ach nee, wir ist privat für uns. Ich kenn ja noch diese Dinger, wo da fahren so sieben so große Pumpen durch, ihr mit eurem Dings da mit eurer Touristenkamera da. Ja, da muss ich hingucken theoretisch. Ja, genau. Wo bin ich eigentlich bei euch? Das ist alles online, ne? Das ist im Internet, aber wir sind trotzdem öffentlich-rechtlich. Wir sind öffentlich-rechtlich. Das gibt's auch in der ARD-Mediathek, was du grad hier macht. Deswegen seid ihr so sauber geputzt. Ja, genau. Nur oberhalb des Körpers. Vergessen worden. So hab ich's auch immer gemacht. So, kommen wir zu Runde drei. Vom Samstagabend in die Arktis. Gottschalk wagt Seven vs. Wilds Abenteuer. Seven vs. Wild ist so ein Abenteuer, eine Abenteuershow, da stellen sich halt Menschen, besonderen Challenges. Sieben Tage in der Wildnis überleben. Diesmal in der Arktis. Das übergeh ich. Du machst es? Ich mach es nicht. Okay, dann ja. Pass. Pass. Ich halte nix davon. Also, der Joey Kelly, der immer rückwärts durch die Antarktis läuft. Oder Holztreppen rückwärts hoch. Also, wem bringt das was? Das ist ... Ich halte diese Promi-Wichtigtuerei für bescheuert. Und ich halte es auch für Quatsch, sich da in Lebensgefahr zu bringen. Ich seh das ab und zu bei Joko und Klaas, die ich beide sehr schätze. Aber, dass da Menschen dann irgendwo unter Wasser dann fast absaufen, ich weiß nicht, was das soll. Ich hab da auch mal mitgemacht. Und zwar hab ich mich aufhängen lassen an meinen Armen. Das, 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 ich weiß nicht, das ist ... Aber gibt's mal Sachen, die du in deinem Leben vielleicht, wenn du zurückguckst, gerne mal ausprobiert hättest? Zum Beispiel, ich möcht mal Frühstücksfernsehen machen. Oder Let's Dance. Gibt's irgendwas, was du hast liegen lassen? Also, schlimm genug, dass ich ab und zu Frühstücksfernsehen gucke. Ich find das ja immer faszinierend, wie die so, wie die so diese Themen dann rein nach abhaken müssen. Da siehst du ja Sachen, die durchaus von einer gewissen Befindlichkeit siehst. Dann siehst du aber auch zehnmal, wie sich, wie Harry Styles die Hose platz, wo ich sage, ich weiß es jetzt, lass mich damit in Ruhe. Let's Dance, ich seh dich schon, die Hüften kreisen. Wär das was für dich? Nein, die Hüften kreisen bei mir nicht. Oder als Juror vielleicht? Nein, auch nicht. Ich bin ein wahnsinnig schlechter Tänzer. Ich bin auch kein Juror, weil ich von Tanzen nix verstehe. Ich merke nicht, ob einer gut tanzt oder schlecht tanzt. Ich merke nur, wenn ich tanze, dann drehen die Frauen, mit denen ich ganz immer bin. Die drehen durch noch eher. Kannst du gut flirten? Eigentlich nicht, nee. Ich möchte eine Frau ansprechen. Was mach ich? Wie verhalte ich mich? Genauso. Kein lustiger Spruch? Guck mal, ich hab mich Thomas Gottschalki gedreht. Ja, lass es gut. Und wer war das? Nein, ich glaube, es ist so, dass du tatsächlich auch bei Frauen dich auf deren Themen einlassen musst. Ich habe Männer erlebt, die versucht haben, an den Bars ihre Frauen mit Niederquerschutzreifen zu belabern und einen Scheiß erzählt haben von PS, was niemand interessiert. Also ich habe relativ, glaube ich, oder zumindest ausreichend Frauengene und weiß, was Frauen interessiert. Und man muss gut zuhören können. Ja. Also das heißt, wenn du sagst, ich muss mich selber verwirklichen oder ich will die Frau totlabern, das bringt gar nichts. Okay. Kostak hat keine Lust mehr auf Wetten, das. Und er nennt Dennis und Benni Wolter zu seinen neckischen Nachfolgern. Smash or pass. Das klingt ganz schön. Das ist der rote Werder. Der rote Werder. Also ich glaube, ich glaube, da werdet ihr auch nicht gut bedient damit. Es gibt Dinge, die sich im Leben erledigen. Sie sagen zwar immer noch, da ist was versteckt in diesem Format. Aber der Samstagabend hat sich erledigt. Also die Tatsache, dass sich die Nation am Samstag vor dem Fernseher versammelt, wie das zu meiner Zeit so war. Es gab ja Zeiten, da hätte ich das Telefonbuch vorlesen können. Es hätten immer noch neun Millionen zugeschaut. Aber die Zeiten sind einfach vorbei. Egal, auch wenn du sagst, nein, wir haben einen Vertrag vorbereitet. Schau mal hier, schau dir das mal an. Das ist ein kleiner Vertrag. Offizieller Vertrag. Hiermit verspreche ich Thomas Gott, dass ich alles dafür tun werde. Die kegelförmigen Kult-Clowns Dennis und Benni Wolter zu meinen Wetten, das nachfolgern zu machen, sobald ich selbst keinen Bock mehr habe. Da stehen ja schon einige in der Schlange, Menschenskinder. Müsst ihr euch hinten anstellen. Soll ich unterschreiben jetzt? Ja, einfach unterschreiben, genau. Ist er auf der Stift? Ich muss erst aufdrehen. Also, man sieht, wie ich unter Zwang schreibe. Ja! Genau, ah! Oh! Da gibt's für uns erst mal riesen Applaus. Ja, wir machen's! Ja! Ja, wir wollen! Euch trau ich dir zu. Die Frage ist, ob eure Fans das mitmachen. Ja, die machen das mit. Ich denke, die sitzen hier. Du bist ja auf vielen Sendern zu Hause. Hast du einen Sendertipp für Dennis und mich? Wo passen wir gut hin? Zu welchem Sender passen wir? Wo sollen wir uns anschmiegen und einschleimen? Ihr seid eigentlich oldschool deswegen, weil ihr nett seid. Also, man hat bei euch keine… Für sie sind Leute nett. Ja, weiß der Teile. Aber ihr seid nicht so runtermacher. Ich hasse es, wenn man zu Gast bei Leuten ist, die einen erkennbar nicht mögen. Ja. Man will in meiner Situation gemocht werden. Man macht ja auch das, was man macht, nur damit einen die Leute mögen. Und das ist natürlich auch der Nachteil unseres Berufes, dass wir so ein bisschen wohlfeil sind. Also, ich habe ja nie in den Sendungen, die ich hatte, eine Meinung vertreten, die gegen mein Publikum war, sondern ich habe immer für mein Publikum gesprochen. Die Carina sagt immer, wenn du eines Tages aufhörst, Fernsehen zu machen, dann kannst du aufs Fernsehen schimpfen. Aber du kannst nicht aufs Fernsehen schimpfen, solange du noch mitspielst. Richtig. Das ist das Entscheidende. Solange ihr da sitzt, solange geht es darum, dass ihr den Leuten, die sich hier hinsetzen, die nett genug sind zu kommen und die Stress auf sich nehmen, das glaubt man ja nicht. Wir hätten alle was Besseres zu tun oder was Anderes zu tun. Was Anderes zu tun, nicht Besseres. Was Anderes, was Besseres, das kann man so oder so sehen. Aber man hat dann das Recht, und das habe ich meinen Leuten immer gegeben, nicht vorgeführt zu werden. Und wenn ich jemanden auf meinen Sofa setze, dann horch ich denen nicht aus im Sinne von, hast du deine Steuern bezahlt oder bescheißt du deine Frau, sondern ich versuche ... Ich versuche, so nett wie möglich zu sein zu denen. Und ich wollte nicht irgendwas rauskriegen, das hat mir Journalisten oft übel genommen, haben gesagt, mein Gott. Stell doch diese eine Frage. Ja, genau. Stell doch diese eine Frage. Und jeder hat eine andere Frage gehabt, und nur ich wollte nichts wissen von denen. Schön, dass du da bist, hauptlos nicht gleich ab zum Fliegen. Ich seh uns bei Sat.1 Gold. Da seh ich uns. Wie oft mussten die Promis wirklich zum Flieger? Oder wie oft war's ne Ausrede? Also, sie mussten alle weg, weil die Amerikaner ja alle diese Form von Sendung, wie ich sie mache, gar nicht kennen. Also, erstens, ich hab das ja oft erlebt, wenn ich am Nachmittag in die Garderobe gegangen bin zu denen, so what are we going to do? Also, die wollen genau wissen, was passiert, und dass ich sage, ich verrate nix, das ist für die unvorstellbar. Ah, okay. Und dann hat meine Redaktion mich ja regelmäßig angelogen. Also, da hieß es dann, der Denzel Washington freut sich auf dich, der hat keine Ahnung gehabt, wer ich bin. Und, und, und es hieß, der soll dann, wir machen als Wettangebot, dass der, dass der dann Leipziger allerlei ist, da sollte der dann so Erbs und Karotten, da hab ich gedacht, da hat der bestimmt keine Lust drauf. Und dann, das macht er gerne, da freut er sich drauf. Aber sag ihm vorher nix. Und ich in der Garderobe, there is something is called Leipziger allerlei. Oh, Thomas, please don't ... Und dann bring ich's nicht immer ins Herz zu sagen, du, frisst was auf den Tisch kommt. Dann sag ich, okay, dann lassen wir das weg. So, wir kommen zur letzten Runde, Tommy. Echt? Runde fünf. Thomas Gottschalk wird OnlyFans-Star. OnlyFans ist eine Seite ... Ich weiß, ich weiß. Das weiß du. Dass ich meine schmutzigen Socken da verlose. Das kannst du gerne machen, ich bin der erste Käufer. Okay. Aber obwohl, du bist ja ... Aber das sind ja so Leute, die ihre eigenen ... Socken und Unterhosen ... Ja, Unterhosen. Die Wendlers sind ja auch da aktiv. Ja, ja, Frau Wender, die ihre Schwangerschaft hat. Genau, die Schwangerschaft. Absurd. Wir haben ein Bild von dir gefunden, da warst du top, du bist natürlich immer noch, aber top in Form. Wie wichtig war es, immer top in Form zu sein? Du warst immer naturschlank. Du warst immer eingeölt. Eingeölt, ja, genau. Ich hab mich immer von fremden Leuten einölen lassen. Wie hältst du dich fit? Was machst du? Ich mach viel Workout. Wir machen also viel ... Je älter man wird, desto besser muss man sich ja quasi in Schuss halten. Weil dann von der Natur nichts mehr nachkommt. Und da musst du halt gucken, dass du halbwegs in Form bleibst. Ich war jetzt vorgestern in München bei Müller Wohlfahrt. Weil ich mit dem Kreuz natürlich alle Menschen, die etwas größer sind als du, haben natürlich mit der ... Gibt's einige. Haben's natürlich in den späten Jahren mit dem Kreuz zu tun. Und da kommt noch einiges auf euch zu, Freunde. Ja? Alt werden ist nicht angenehm. Wann war das erste Mal, wo du gemerkt hast, sag ich jetzt nicht, dass du's bist, aber wo du gemerkt hast, jetzt werd ich alt? Das merkst du, wenn du plötzlich irgendwo in der Dusche stehst und nicht mehr lesen kannst, ist das Shampoo oder ist es jetzt ... Ketchup. Ketchup in der Dusche ist bei mir selten. Und das ist interessanterweise reversibel. Es gibt also heute die Möglichkeit, ich hab zum Beispiel solche Fake-Linsen drin, ich kann also Smash & Pass lesen, ohne dass ich meine Brille aufsitzen muss. Man kann sich auch andere Augenfarben machen. Die seh ich auch mit Lila zum Beispiel. Ja, würde mit Lila stehen. Eisblau. Eisblau, nee. Doch, dir steht alles. Das war Smash or Pass mit Thomas Gottschalk! Ich fühl mich immer noch wie in einem Fiebertraum, aber mir geht's ziemlich gut. Schreibt doch mal euer Feedback in die Kommentare und besucht Tommi natürlich auf seiner Instagram-Seite. Ja, genau. The Real Punkt Thomas Gottschalk. The Real Punkt Thomas Gottschalk, genau. The Real Punkt Thomas Gottschalk, das muss ich ausführlich lernen, ich weiß es auch. Ja, genau. Oben gibt's ein Video von Aufbruch, bekommt er seine Schulden in den Griff, Christian, Folge drei. Und unten gibt's, an diesem Tisch wird gecringed mit dem Intimate Cast. Klickt drauf, erst oben dann unten, so mach ich's auch privat. Schönen Abend bei euch. Tschö!